Das hier wird ein ganz anderes Video, als du normalerweise von mir kennst. Und ich bitte dich, bleib mal dran, schenk mir mal deine Aufmerksamkeit, denn ich brauche deine Hilfe. Und wie du mir helfen kannst unter Umständen, das sage ich dir im Verlauf des Videos. Deswegen viel Spaß. Vielleicht wird es ja was draus. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon. Ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen, sich von ihren negativen Kindheits- und Jugendprägungen zu lösen, damit sie alle ihre Lebensbereiche positiv beeinflussen können, aufs nächste Level bringen können. Denn wenn wir wiederkehrende Probleme haben, egal ob es in der Selbstständigkeit, im Business, in der Karriere, in der Beziehung oder einfach nur mit meinem Glücklichsein, also Lebenszufriedenheit, wenn man da wiederkehrende Probleme hat, dann hat das typischerweise den Ursprung in der Kindheit. Und all ihr, die mich schon eine Weile verfolgen, ihr wisst, dass mein singulärer Fokus darauf liegt, Menschen zu helfen, sich davon zu befreien. Und ich habe lange Zeit gedacht, ja, ich helfe Erwachsenen, sich davon zu befreien, um ein glücklicheres Leben führen zu können. Und die Ergebnisse sind hervorragend, sind wundervoll. Und das Feedback, was ich bekomme, ist auch wundervoll. Und irgendwann ist mir aber aufgegangen, das habe ich irgendwann auch auf diesem Kanal schon mal gesagt, irgendwann ist mir aufgegangen, ich helfe nicht nur den Erwachsenen, glücklicheres Leben zu führen, sondern immer dann, wenn diese, meine Kunden, also meine Coaching-Teilnehmer Kontakt zu Kindern hatten, also entweder eigene Kinder hatten oder Neffen, Nichten oder sonst irgendwas, haben sie mir gesagt, Wahnsinn, also meistens so am Ende ihrer Entwicklung, Wahnsinn, durch all das, was ich jetzt gelernt habe, kann ich auch ganz anders mit meinen Kindern umgehen. Und das war für mich der erste Mal so ein richtiger Gänsehautmoment in meiner Arbeit, weil ich dann gedacht habe, krass, ich helfe nicht den Erwachsenen, also auch, aber ich helfe vor allem den nächsten Generationen, den Kindern, eine Kindheit zu haben, die angemessen ist. Keine Kindheit ist perfekt, ja, das muss sie auch nicht sein, aber eine Kindheit, die angemessen ist, frei von diesen ganzen negativ prägenden Erfahrungen, die viel zu viele von uns machen, weil wir die Kette durchbrechen. Es gibt ja auch solche Bücher wie Kriegsenkel, wo man, wo man, wo beschrieben wird, dass nur weil unsere Eltern oder Großeltern traumatische Erlebnisse im Krieg gemacht haben, sind die als ganz veränderte Menschen wiedergekommen, haben ihre eigenen Kinder anders behandelt und die haben euch anders behandelt, weil sie selber, weiß ich nicht, Depressionen hatten, posttraumatische Belastungsstörungen und einfach emotional nicht mehr verfügbar waren. Und so hat sich das in Anführungsstrichen vererbt über mehrere Generationen und viele Leute sagen, ja, das ist bei uns in den Familien halt so. Und sie denken wirklich, das wird genetisch vererbt, was aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, Blödsinn ist. Aber was stimmt, ist, es wird von Generation zu Generation weitergegeben, bis einer die Kette durchbricht. Und das sind die Leute, die typischerweise anfangen, sich mit ihren Kindheitsbrüder auseinanderzusetzen, mit ihrer Vergangenheit, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Mindset und mit Psychologie. Also das, was ihr hier macht, wenn ihr quasi meine Videos anschaut zum Beispiel oder Bücher lest oder das Coachingprogramm macht, wie auch immer. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist das, was ich aktuell mache. Aber eine Problematik, vor der ich stehe, ist, ich kann ja immer nur die Leute erreichen, die offen für sowas sind. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die nicht offen dafür sind, sich zu entwickeln, die immer noch denken, Psychologen sind komisch, das ist doch alles Humbug, das ist doch Quachsalbrei. Wahnsinn, ich habe schon lange diese zwei Wörter nicht mehr ausgepackt oder irgendwo gehört, aber ihr versteht, was ich meine. Das heißt, diese Menschen werde ich niemals erreichen, obwohl sie es so bitter nötig hätten. Und wen ich damit auch nicht erreichen kann, ist dann ihre Kinder, die Kinder der Menschen, die für sowas überhaupt keine Offenheit haben. Weil, ja, wie soll ich sie erreichen, wenn die Eltern dafür keine Offenheit haben? Und das bedeutet, ich erreiche die Menschen nicht, die das auch brauchen oder vielleicht sogar besonders brauchen, wenn ich das mal so sagen darf. Und dementsprechend kann ich den Kindern nicht helfen und die haben einfach die gleichen Kindheiten, die sehr, sehr, sehr suboptimal sein können für die kindliche Entwicklung, wie als wenn es mich nicht gäbe. Und darüber habe ich jetzt viel nachgedacht. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich denn das irgendwie positiv beeinflussen? Wie kann ich denn Kinder erreichen? Und vor allem auch Kinder, deren Eltern nicht danach suchen, nicht nach Lösungen suchen. Und Fakt ist, also auch hier, das war jetzt gar nicht geplant für das Video, aber hier könntet ihr mir auch schon mal eure Gedanken geben. Wie kann ich denn zum Beispiel erreichen, dass mehr, also mehr Kinder mit Impulsen konfrontiert sind, Gedankenimpulsen oder Erfahrungen, die ihnen helfen, eine gesunde Entwicklung zu nehmen, aus psychologischer Sicht. Wie kann ich mehr Kinder erreichen? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Das interessiert mich sehr und ich bin für alles dankbar. Das ist auch mehr ein Brainstorming. Also es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern jeden Impuls, den ihr mir gebt, darüber kann ich nachdenken. Ja, das ist ja etwas, ein Impuls, den ich vorher nicht hatte. Und vielleicht komme ich dann auch noch auf mehr Ideen. Jetzt sage ich euch aber, auf welche Idee ich gekommen bin. Und zwar, ihr habt ja eventuell schon mal das ein oder andere Video gesehen von mir, wo ich sage, so gehe ich mit meinem Kind um. Beziehungsweise das flüstere ich meinem Kind ins Ohr und so weiter und so fort. Ich habe da mal so ein ganz theoretisches Video gemacht, wo ich einfach die Sätze vorgestellt habe, die positiven Glaubenssätze. Und dann habe ich tatsächlich mal ein praktisches Video. Als ich mit meiner Familie im Urlaub war, habe ich meinen kleinen dreijährigen Sohn auf den Schoß genommen und habe gesagt, Leute, ich demonstriere euch das mal, wie wir das machen. Und wenn euch das interessiert, ich habe auch ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen, meistens natürlich von Damen, oh, ist das süß, ich will das mit meinen Kindern auch machen. Also wenn euch das interessiert, dieses praktische Video, das verlinken wir euch mal hier oben. Aber der Hauptgedanke ist folgendes, wenn so viel schief gehen kann in der Kindheit und wir das jetzt rückwirkend bearbeiten, das ist ja das, was ich hauptsächlich tue, dann gibt es ja auch ganz, ganz viele positive Dinge, die eigentlich dagegen wirken. Also die für eine positive Entwicklung wirken können und beitragen können. Und das mache ich zum Beispiel, das ist nur eine Sache, das rettet jetzt nicht eine komplette Kindheit, aber das sind diese positiven Glaubenssätze. Und das basiert auf dem Gedanken, dass alles, umso kleiner Kinder sind, desto mehr ist alles, womit sie konfrontiert sind, ihre Normalität. Das heißt, wenn sie mit solchen Gedanken konfrontiert sind, wie, wenn etwas nicht klappt, probiere ich es einfach nochmal. Das ist ein positiver Glaubenssatz. Das das quasi fördert, dranbleiben, Hartnäckigkeit, Gelassenheit. Ich probiere es einfach nochmal. Weil das ist für die normal. Wenn die ständig hören, oh, die Regierung lässt uns im Stich, dann ist das ihre Normalität. So, jetzt, ich schweife ab. Was ich euch eigentlich sagen wollte ist, ich habe mir überlegt, wie kann ich diese positiven Gedanken Kindern vermitteln? Kinder lieben Spiel. Kinder lieben Fantasie. Und das heißt, mein Gedanke, den ich jetzt habe, der ist noch nicht ausgereift, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Aber ich würde gerne, oder ich habe überlegt, wie toll wäre es, wenn ich Kinderbücher machen könnte, die Glaubenssätze und Mindset-Sachen den Kindern vermitteln. Also Dinge, die den Kindern helfen, richtig, richtig stark hier oben zu werden. Ein glückliches Kind, ein unabhängiges Kind, ein positives Kind, ja, ein Kind, was seinen Weg geht. Die Idee finde ich mega. Weil dann könnte ich, das ist jetzt der Grundgedanke, auch wie gesagt, alles davon ist noch nicht ausgereift. Dann könnte ich das ganz normal verkaufen. Das wären dann Kinderbücherpreise, keine Ahnung, wird jetzt nicht mega teuer sein. Und Menschen, die dafür offen sind, werden sich das kaufen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und Menschen, die dafür nicht offen sind, jetzt kommt nämlich der Clou, aus meiner Sicht, in meiner naiven Vorstellung noch. Menschen, die dafür nicht offen sind, die müssen sich das nicht kaufen. Warum? Weil es doch bestimmt einen Weg gibt, wie ich solche Bücher, Kitas, kostenlos zur Verfügung stellen kann. Oder so. Also, und wenn es nicht kostenlos geht, weil ich das irgendwie nicht stemmen kann, dann vielleicht ja zum Selbstkostenpreis. Oder sowas in der Art. Sodass ich dann, auch das ist wieder jetzt ein ganz naiver Gedanke, sodass ich, beziehungsweise dann mit Hilfe von jemandem, meinem Team oder sonst irgendwas, Kitas ansprechen kann. Kitas generell, aber vielleicht auch Kitas in Regionen, wo man sagen würde, das sind vielleicht, also ich will jetzt nicht solche Worte nennen, wie so Brennpunktregionen, aber ihr versteht, was ich meine. also Regionen, wo vielleicht Familien leben mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status, mit einem niedrigeren Bildungsstand, wo die Eltern eventuell nicht so offen sind für sowas, aber die Kinder ja trotzdem in die Kita gehen zum Beispiel. und Kita ist ja genau dafür da. Kita ist ein, 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 so mal, sozialpolitisches Instrument, um Kindern mehr gleiche Chancen zu ermöglichen, dass egal, aus welchem Haus du kommst, du zumindest an diesem Ort gleich behandelt wirst, was ich ja erstmal grundsätzlich toll finde. und wenn wir an diesem Ort dann quasi solche Bücher zur Verfügung stellen können, wo Kinder dann einfach, weil es ihnen Spaß macht, lesen oder anschauen können, je nach Alter, oder vorgelesen bekommen können, ah, siehst du, da ist jetzt wieder die nächste Problematik, wenn da wirklich Inhalt vermittelt werden soll, also Text, dann müssten die ja quasi vorgelesen werden. Okay, da über das, da denken wir später drüber nach. Aber, also das ist quasi mein Gedanke, ja, das wird etwas, was profitabel laufen soll, das heißt Leute, das wird verkauft und da werden Leute im besten Fall das kaufen. Das sind aber immer natürlich die Leute, die sich dafür interessieren, die sich denken, geil, das will ich, ich will meinem Kind was Gutes tun. Aber die erreiche ich ja im Zweifel dann so oder so schon. Und dann vielleicht durch solche Aktionen halt über die Kita oder vielleicht über andere Ideen auch Kinder zu erreichen, die vielleicht sonst nicht die Chance hätten. und das ist jetzt erstmal meine naive Vorstellung, meine naive Grundidee und warum ich gesagt habe, ich brauche eventuell deine Hilfe, ist eigentlich folgender Grund. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas umsetzt. Ich weiß ja, ich müsste für gute Kinderbücher, müsste ich ja eigentlich auch Figuren kreieren, jetzt mal ganz plakativ gesagt, so wie Paw Patrol, die eine magnetische Anziehung haben oder Feuerwehrmann Sam auf die Kinder, weil diese Figur oder diese Welt so attraktiv ist. Weil wenn man so eine Welt kreieren kann mit ganz, ganz, ganz viel positivem Mindset, ist das toll. Weil ich, ganz ehrlich Leute, es gibt ganz, ganz erfolgreiche Kinderfiguren, zum Beispiel Leo Lausemaus und ich finde Leo Lausemaus grundsätzlich toll, aber in viel zu vielen Situationen denke ich mir, ey, das wie Leo gerade gehandelt hat oder wie das gerade vorgestellt wird, ist richtig beschissen für was wir hier denken und glauben. Meine persönliche Sicht der Dinge. Und mein Wunsch wäre es halt, irgendwie sowas ähnliches kreieren zu können, aber wo wirklich darauf geachtet wird, das ist gut für den Kopf, für die Entwicklung, für die Psyche des Kindes. Und jetzt meine Frage, was gibt es da vielleicht schon? Wie könnte man sowas umsetzen? Oder habt ihr vielleicht ganz andere Ideen? Gibt es ein anderes Medium? Gibt es einen anderen Weg, Kinder zu erreichen? Muss es vielleicht nicht die Kita sein, sondern ihr sagt, nee, das ist Blödsinn, mach das woanders. Oder, oder, oder. Einfach, ich würde gerne so viele Stimmen wie möglich hören. Wenn ihr bisher aus meinen Videos was gezogen habt, dann freut mich das sehr. Und dann bitte, nehmt euch vielleicht mal eine Sekunde Zeit, um darüber nachzudenken und helft mir mal. Da wäre ich sehr dankbar dafür. Das ist das Video. Mal ein ganz anderes. Und ich hoffe, es werden sich auf Garantie nicht so viele Leute anschauen, wie irgendein Video über Beziehung. Aber vielleicht werden sich ein paar Leute anschauen, vielleicht ein paar hundert. Und hoffentlich kommen noch ein paar Gedanken zusammen. Das würde mir und uns wahrscheinlich dann sehr weiterhelfen. Vielen Dank, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wir sehen uns dann auch wieder zu unseren normalen Videos beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.